Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin die Franka und ich nehme euch heute dabei mit, wie ich all unsere Möbel hier bei uns zu Hause zählen werde. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Video. Wir haben ja letzten Monat schon damit angefangen, dass wir meine ganze Kleidung gezählt haben. Und diesen Monat werden wir alle Möbel zählen, die wir hier so haben. Wir werden draußen, drinnen, oben, hier unten. Noch tiefer geht es nicht, einen Keller haben wir nicht. Wir werden auch auf den Dachboden gehen, wir werden in den HWR gehen, wir werden in die Gartenlaube gehen, auf die Terrassen und gucken, was auch im Garten noch so steht. Ich versuche euch zu jedem Möbelstück zu erzählen, wo wir das her haben und wie lange wir es schon ungefähr haben. Und was ich kann, verlinke ich euch unten. Das ist allerdings keine Werbung, ich bekomme dafür gar nichts. Es ist einfach nur, damit ihr wisst, wenn es euch interessiert, wo es her ist. Und ansonsten erzähle ich euch das aber dazu. Wir fangen jetzt hier unten gleich mal im Wohnzimmer hier neben mir an. Habe ich noch vergessen zu erwähnen. Ich werde mir wie immer eine Excel-Tabelle machen. Die mache ich, letztes Mal kam ein paar Nachfragen, weil mein Excel nicht wie Excel aussieht. Das mache ich in Numbers, das ist das Excel von Apple. Und ich finde, das hat so ein paar bessere Übersichtsmöglichkeiten als das Excel von Word. Ich habe beruflich sehr viel mit dem Word-Excel gearbeitet, als ich noch gearbeitet habe. Und privat habe ich immer schon oder schon sehr lange das Jan-Numbers genutzt. Ich zeige euch das gleich nochmal. Also ich finde, man kann das so ein bisschen besser sortieren und strukturieren. Was ich auch super angenehm finde, man hat auf einem Tabellenblatt, kann man verschiedene Tabellen anlegen und hat dazwischen keine Tabellengitter, sondern einfach weiß. Das finde ich bei dem Apple Excel besser. So, genug darüber gequatscht. Wir fangen jetzt im Wohnzimmer an. Wir fangen hier an. Wir haben hier unsere Vitrine, dann ein passendes Lowboard dazu und das Hängeregal. Das haben wir alles 2015 gekauft bei Zurbrücken. Das ist also schon ein bisschen was her. Zu den Lampen mache ich nochmal ein extra Video. Da werde ich alles im Haus durchgehen, was irgendwie einen Stecker hat und mit Strom funktioniert. Genauso wie auch Teppiche. Das gehört zu den Haushaltstextilien. Da wird es auch nochmal ein extra Video geben. Hier hinten hängt ein Ikea-Regal. Das ist so ein ganz normales Wandregal. Davon haben wir hier eins hängen und hier unten, das ist eine Moppe-Kommode. Da habe ich einfach Füße drunter gesetzt und jetzt ist es ein Bücherregal für unseren Sohn. Hier haben wir ein Sofa. Das ist, glaube ich, tatsächlich auch unser neuestes, neues Möbelstück. Das haben wir im Januar 2023 gekauft. Das ist das Indie-Sofa von Karup. Das kann man auch ausklappen und da drauf liegt ein Futon und wir haben jetzt noch eine Decke draufliegen, weil das Futon halt sehr hell ist und wir ein kleines Kind haben. Und die Decke kann man leichter waschen als das Futon. Hier in der Ecke steht noch ein alter Ikea-Tisch. Den haben wir auch schon seit 2015. Ich habe mal überlegt, ob ich dem Fliese, also mit Fliesen beklebe oder ob der ganz wegkommt. Im Moment sieht es so aus, als ob der bald ganz wegkommt. Wenn die Pflanzen weiter wachsen, sollen die nämlich runter auf den Boden und dann soll da halt gar kein Schrank mehr stehen. Deswegen lassen wir den erstmal, wie er ist und warten mal ab, was die Pflanzen so machen. So, das war es jetzt also hier im Wohnzimmer. Da hatten wir jetzt dann also, ich fasse das hier nochmal zusammen, hier geht das noch, weil es recht wenig war. Drei Möbelstücke, vier, fünf, sechs und unten in dem Schrank sind sieben Möbelstücke. Dann machen wir hier im Esszimmer gleich weiter. Hier unter den Pflanzen steht eine wunderschöne alte Kiefernholztruhe. Da kann ich euch leider nicht sagen, wo die her ist. Die habe ich von meinen Eltern geerbt quasi. Also die stand immer bei denen im Hausflur, seit ich klein bin. Also schon, ja, über 30 Jahre jetzt. Und wann haben wir die bekommen? 2017, glaube ich. 2017 haben wir die übernommen. Ja, und seitdem ist sie einmal mit uns umgezogen, hier in dieses Haus. Man kann sie aufklappen, man kann was reinstellen. Wir haben Blumen draufstehen, das heißt, wir können sie nicht einfach so auf und zu klappen. Aber ich finde sie wunderschön. Ich mag ja generell so alte Kiefernholzmöbel mit so schönen Verzierungen. Deshalb kommen wir hier gleich auch schon zum zweiten Kiefernholzmöbelstück. Das hier ist eine alte Kommode. Die haben wir, ja, eigentlich leider erhalten. Die gehörte den Nachbarn meiner Schwiegereltern und die hatten ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und die sind beide, ja, rechtzeitig aufeinander gestorben. Und die hatten sich diese Kommoden mal anfertigen lassen, beziehungsweise diese Kommode. Und dazu gehörte noch ein Hängeschrank. Den habe ich aber verkauft weiter. Und die, die das Haus geerbt haben, die wollten diese Kommode nicht haben und haben die dann sehr, sehr günstig verkauft. Und dann haben wir sie gekauft. Das Ganze war, ja, als wir in dieses Haus gezogen sind, auf jeden Fall, die sind kurz vorher gestorben. Also die haben wir jetzt seit Ende 2020, würde ich, ja, seit Ende 2020. Und die ist halt wirklich wunderschön, auch mit diesen wunderbaren Verzierungen und den Griffen. Ich mag das ja total gerne. Hier hinten in der Ecke geht es dann weiter. Da haben wir eine ganz alte Ikea-Kommode. Die gibt es auch schon nicht mehr. Meine Schwägerin, die hat so eine im Hausflur stehen, noch in ihrer ganz ursprünglichen Form. Und ich habe schon immer zu ihr gesagt, wenn sie die irgendwann nicht mehr haben möchte, soll sie bitte auf jeden Fall an mich denken. Ich möchte die so gerne haben. Das habe ich, glaube ich, die letzten 15 Jahre schon immer erzählt. Und dann haben wir dieses Haus gekauft. Und auf dem Dachboden stand noch diese alte Ikea-Kommode. Leider, leider wirklich nicht mehr in einem guten Zustand, sodass wir sie streichen mussten. Und dann haben wir die Türen noch ein bisschen verändert und Holz drauf geleimt. Ja, und andere Griffe dran gemacht. Und jetzt ist hier unser ganzes Staubsauger-Zubehör in diesen beiden Schubladen. Unten ist Kamera-Equipment von meinem Mann. Der macht so hobbymäßig Fotos. Da liegen seine Sachen einfach. Wir haben ja auch viele Bilder hier hängen, die er fotografiert hat. Und damit das Esszimmer auch ein Esszimmer ist, haben wir hier noch einen Tisch. Den haben wir uns gekauft, als wir in unserem gemieteten Einfamilienhaus gewohnt haben. Das war 2017. Genau, da haben wir uns diesen schönen großen Tisch gekauft mit diesen passenden Säckstühlen. Ja, und als unser kleiner Sohn geboren wurde, kam dann noch der Kinderstuhl mit dazu. Der Tisch ist von einem Holzvertrieb hier in der Nähe. Die heißen Körmannholz. Das ist eigentlich ein Gartentisch von der Marke Life. Also L-I-F-E. Den wird es sicherlich auch bei anderen Holzmärkten oder sowas in die Richtung geben. Gartenmärkten. Der war damals sehr teuer, aber wir haben uns in den verliebt und mussten den als kleine Investition kaufen. Und wir lieben ihn auch immer noch. Im Moment liegt die Decke drauf, damit halt keine kleinen Unglücke passieren. Aber im Normalfall lieben wir den auch ohne Decke und einfach diese schöne Holzbeschaffenheit. Und ach ja, wir lieben ihn. Links daneben steht eine Holztruhe. So, die habe ich selber gebaut. Einfach aus Kiefer, Fichte, Leimholz oder nicht Leimholz. Ach, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall aus Holzplatten. Das habe ich gemacht, als wir auch noch in dem Mietzhaus gewohnt haben. Das war 18, 19 habe ich die gebaut. Eher 18 würde ich sagen. Und hier nebendran haben wir noch ein Kallax-Regal stehen. Das ist so ein Dreier-Kallax-Regal von Ikea. Da haben wir jetzt das Spielzeug für unseren Sohn drin. Links ist im Winter immer frei, weil er da nicht rankommt wegen dem Gitter. Und ja, in der Mitte ist Duplo und sonst tauschen wir immer so ein bisschen die Spielzeuge aus. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es mit zu Möbeln gehört. Aber wir zählen mal hier dieses Ofengitter mit dazu. Das haben wir mal über eBay-Kleinerzeigen gekauft letztes Jahr. Und ja, solange der Kleine klein ist oder ja, vermutlich ein bisschen länger, wird dieses Gitter hier stehen und den Ofen schützen. Hier im Esszimmer haben wir, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, 14 Möbelstücke. Wir zählen das nochmal kurz zusammen durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, das Regal 13 und hier Nummer 14. Hier an der Wand hängt ein Wandregal. Das ist ein dunkelbraunes Wandregal. Ich kann euch nicht sagen, aus welchem Holz das genau ist. Das haben wir gekauft, als wir hier wohnten. Das muss 2021 gewesen sein. Das haben wir abgeholt bei einem Pärchen hier in der Nähe, die einen alten Bauernhof renoviert haben. Und die haben das über eBay-Kleinerzeigen verkauft. Und wir wollten es gerne haben. Wir haben hier unten dann noch schwarze Haken reingedreht, damit man auch was dranhängen kann. Und ansonsten dient das hier unserer Deko. Hier nebendran haben wir dann unseren einzelnen Küchenschrank stehen. Den würde ich jetzt tatsächlich nicht als einziges Möbelstück zählen, weil er einfach mit zur Küche gehört. Und das hier ist unsere komplette Küche. Das würde ich auch mal nur als einen Teil zählen. Weil wenn wir sie aussortieren, sortieren wir sie ganz aus und nicht nur einen Schrank. Das ist unsere Küche. Die haben wir bei Möbel XXL gekauft. Oder XXL Lutz, wie auch immer die heißen. Wir haben spezielle Erfahrungen gemacht mit der Küche. So weit sind wir zufrieden. Über alles andere schweigen wir jetzt mal. Hier nebendran haben wir diesen Hocker für unseren Sohn, dass er klettern kann. Beziehungsweise nicht klettern kann, dass er hier halt mit uns arbeiten kann. Aber da kann er alleine drauf klettern. Und hier nebendran ist ja unsere Speisekammer. Das zähle ich jetzt einfach mal als drei Hängeregale, weil wir ja hier diese Schienen haben. Und ja, dann ist das hier ein Regal. Hier auf dieser Seite ist ein Regal. Und dann hier auf dieser Seite nochmal ein Regal. Das heißt, hier in der Küche haben wir jetzt eigentlich nur diese drei Regale. Vier der Hocker, fünf die Küche und sechs das Hängeregal hinter mir. Also eigentlich nur sechs Möbelstücke. Wir machen dann hier weiter im Flur. Hier steht eine Hemmnis-Kommode. Die haben wir in unserer Wohnung gekauft. Das muss so 2015, 2016 gewesen sein. Seitdem hat die uns schon bei zwei Umzügen begleitet. Und ja, hat jetzt ihren Platz hier im Flur gefunden. Nebendran steht hier im Flur noch ein alter Servierwagen. Das ist eigentlich für uns nur so ein Dekostück. Also den haben wir von der Oma meines Mannes bekommen, als wir hier eingezogen sind irgendwann. Also auch so 2021. Und hier links haben wir noch eine Bank stehen. Das ist einfach so ein Holzbrett mit Rinde. Da haben wir nur Füße drunter geschraubt. Und das haben wir auch in unserem alten, gemieteten Einfamilienhaus gemacht. Das heißt, die haben wir auch schon seit 17, 18 so rum. So, das war jetzt nicht viel hier im Flur. Es waren dann tatsächlich hier im Flur drei Möbelstücke. Wir gehen dann jetzt mal hier weiter in dieses Zimmer. Das hier ist unsere Garderobe. Das hier ist unsere Garderobe. Und hier haben wir eins, zwei, drei, vier Kalax-Regale stehen. Die sind von Ikea. Dann haben wir hier oben unsere Garderobe, unsere Jackenaufhängung. Das sind also schon fünf Möbelstücke hier. Und dann haben wir hier auf der anderen Seite nochmal so Haken. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das Möbelstücke sind. Ist schwierig, finde ich. Sagen wir einfach mal, hier stehen acht Möbelstücke. Ja, dann bleibt hier unten nur noch das Bad über. Da gehen wir dann jetzt mal hin. Hier im Badezimmer haben wir zwei Schränke stehen. Die sind von Otto von Home Affair. Also zwei Möbelstücke im Bad. Jetzt sind wir hier auf der unteren Etage schon durch. Wir machen jetzt gleich draußen weiter. Ich habe mir im Vorfeld ein bisschen Gedanken gemacht. Wir haben hier draußen ein Gartenmöbelpaar, drei Teile sind es stehen, die eigentlich nur der Deko dienen, die wir gar nicht mehr zum Sitzen benutzen. Und ich habe mir jetzt echt lange darüber Gedanken gemacht, ob ich die bei den Möbeln mitzähle oder bei Deko. Und bin jetzt aber zu dem Schluss gekommen, dass ich auch die als Möbel zählen werde. Das heißt, wir werden jetzt gleich rausgehen und die auch mitzählen. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Es sieht ein bisschen aus, als würde es gleich regnen. Und ich möchte nicht nass werden beim Film. Deswegen gehen wir jetzt mal raus. So, wir fangen dann mal hier an. Das sind diese drei Möbelstücke, von denen ich eben gesprochen habe, die wir nur zur Deko hier stehen haben. Zwei Stühle, ein Tisch. Und dann schwenken wir mal hier rüber. Hier seht ihr jetzt auch nur zwei Möbelstücke. Das sind aber eigentlich vier. Eigentlich gehören hier noch zwei Stühle mit zu. Das heißt, wir haben jetzt hier diese vier Sachen. Die drei von eben sind sieben. Dann gehen wir mal weiter. Hier steht ein Gartenregal, das wir eigentlich versuchen zu verkaufen. Das zähle ich aber nochmal kurz mit. Das heißt, wir sind bei acht. Und dann haben wir hier draußen noch diese Bank. Die haben wir ja auch aus der Familie geerbt. Das war 2017. Ich wollte die immer mal aufarbeiten, hat aber bisher noch nicht geklappt. Und jetzt steht sie hier nur zur Deko. Das waren jetzt schon neun. Möbel. Jetzt machen wir mal hier hinten weiter. Auf der anderen Terrasse. Ich hoffe, man kann mich verstehen. Es ist sehr windig heute. Hier hinten stehen nochmal drei Möbelstücke. Das heißt, wir sind jetzt bei zwölf, wenn ich mich nicht verzählt habe. Die haben wir auch, als wir hier ins Haus gezogen sind, geerbt von der Nachbarin meiner Schwiegereltern, von der wir auch die Kommode haben. Und ja, das sind selbstgezimmerte Bänke aus Holzstämmen. Das haben die damals selber gebaut. Den Tisch haben sie auch selber gebaut. Die sind allerdings aus gekauften Holzlatten, während die Bänke wirklich aus dem Holz, aus deren Garten war. So, dann gehen wir mal in die Gartenhütte. Hier in der Gartenhütte können wir es ganz kurz halten. Hier haben wir nur diese zwei Schwerlastregale. Da kommt noch irgendwann eine Aufhängung für Gartengeräte zu, aber die haben wir noch nicht. Also kann ich die noch nicht mitzählen. So, wir sind jetzt im Hauswirtschaftsraum. Hier hängt leider noch Wäsche, das habe ich nicht gedacht. Auf jeden Fall steht hier hinten ein Schwerlastregal. Und hier steht auch noch ein Schwerlastregal. Das heißt, auch hier haben wir zwei Schwerlastregale stehen. Die haben wir alle vier online bestellt letztes Jahr, als wir hier diese Räume neu gemacht haben. Da weiß ich aber gar nicht mehr, von welcher Firma. Mir war wichtig, dass die die passende Maße haben und dass sie schwarz sind. Weiter geht es dann im Obergeschoss. Leider ist jetzt das Wetter ein bisschen dunkel. Ich hoffe, es geht trotzdem. Wir fangen mal im Ankleidezimmer an. Da haben wir eine Kleiderstange. Hier stehen zwei Kallaxregale aufeinander. Also zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und dann haben wir hier oben noch eine große Kleiderstange. Acht Möbel, also im Ankleidezimmer. Weiter geht es dann im Schlafzimmer. Da ist es relativ simpel. Da haben wir das große Bett, zwei Nachttische und diese selbstgebaute Truhe. Vielleicht nochmal zu dem Bett. Das haben wir bei Home Affair bestellt, also bei Otto. Die Marke heißt Home Affair. Und die Nachttische dann glaube ich auch. Ich glaube, die sind tatsächlich auch von Home Affair, auch über Otto. Also vier Möbelstücke im Schlafzimmer. Wir überlegen, ob wir hier hinten, hinter noch eine Hakenleiste hängen. Das müssen wir aber mal gucken. Aber die kaufen wir dann auch nicht neu. Denn hier bei unserem Sohn hängen noch zwei, die eigentlich ja in unserem alten Schlafzimmer hängen. Machen wir also im Kinderzimmer weiter. Hier haben wir ein paar mehr Möbel. Wir fangen hier einmal in der Ecke an. Da haben wir den Wickeltisch. Das ist eine Hemmnis-Kommode von Ikea. Und da drauf der Wickel aufsetzt. Also zwei Möbel schon mal. Da oben drauf liegt ein Hocker, den ich immer benutze, um die Fenster zuzumachen, weil ich da oben nicht rankomme. Und dann liegt da die fertige Leiste, die ich euch ja gezeigt hatte im letzten Video. Die wird dann hier aufgehangen. Wir brauchen nur noch Winkel dafür. Ja, hier steht dann der große Schrank unseres Sohnes. Den hat ja der Urgroßvater meines Mannes gebaut. Und der stand dann bei seiner Patentante im Haus, also bei der Patentante meines Mannes. Und die haben dann ihr Haus verkauft, zeitgleich als wir dieses Haus hier gekauft haben. Und dann haben die uns gefragt, ob wir den Schrank haben möchten. Und dann haben wir den da vom Dachboden abgebaut und dann mit hierher gebracht. Und dann hier, er ist grün gestrichen, dann grau gestrichen. Der war vorher dunkelbraun gestrichen, also wirklich nicht schön. Ja, und das ist also unser ältestes Möbelstück, das wir haben. Uralt geerbt. Hier nebendran sind dann zwei Bücherleisten. Das heißt, wir haben hier jetzt mittlerweile eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Möbel. Acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn. Die Leisten sind von Ikea. Das Bett ist von Flexa, aber auch schon sehr, sehr alt. Das ist eigentlich ein Hochbett. Wir haben dafür noch Beine und die Treppe auf dem Dachboden liegen. Wenn er dann alt genug ist, setzen wir das höher und dann kommt auch so ein kleiner Tisch da drunter. Und dann baue ich eben hier drunter auf diese Seite, schätze ich mal, ein Regal aus Knagglig-Kisten. Die haben wir ja über die letzten Jahre immer mal wieder gekauft. Und davon haben wir jetzt viele auf dem Dachboden stehen. Und daraus baue ich dann einfach ein schönes Regal. Hier diese, also die grauen Regale sind auch alles Regale von Ikea. Die Kiefernholz-Trofast-Regale sind auch von Ikea. Die sind aber auch schon uralt. Die haben wir gebraucht, gekauft. Und ja, mittlerweile gibt es die, glaube ich, nur noch in weiß gebeizt oder überhaupt nicht mehr in Kiefer. Ich weiß es nicht, bin da nicht auf dem neuesten Stand. Wir hätten die auch gar nicht genommen, wenn wir die nicht gebraucht mit dem Bett zusammengekriegt hätten. Hier neben Anis einen Hocker. Den haben Freunde von uns dem Kleinen geschenkt mit seinem Lieblingstier, dem Schaf, drauf. Da drüber ist der rote Tisch, den ich jetzt endlich fertig gemacht habe. Er ist jetzt grau und hat eine schöne Platte. Haben wir auch über eBay Kleinanzeigen gekauft. Also kann ich jetzt auch nicht, keine Empfehlung. Also ich kann den Tisch natürlich schon empfehlen, aber keine Empfehlung, wo ihr den nachkaufen könntet. Und die Bilderleisten hier neben dem Bett sind wieder von Ikea. Der Tritt da oben ist ein alter, haben wir auf dem Flohmarkt mal gekauft. Und dieses Regal, das ja dann da rechts hängen soll, das war in unserer alten Gartenlaube, kann ich euch also auch nicht sagen, wo ihr das herkriegt. Hier haben wir genau ein Möbelstück. Wir fahren heute Abend zu meinen Eltern, beziehungsweise morgen früh. Deswegen liegen hier schon die Klamotten von meinem Mann, die ich gleich noch einpacken muss und eine Tischdecke aus der Ferienwohnung für meine Eltern. Auf jeden Fall im Flur haben wir nur diese Kommode als Möbelstück. Machen wir hier weiter im Gästezimmer. Da haben wir ein Regal, das ist auch ursprünglich von Ikea. Ein Tisch, der ist ursprünglich von Ikea. Ein Sessel, den habe ich bei Otto gekauft. Dann eine alte kleine Bank oder ein großer Hocker, den habe ich von meinen Großeltern, der ist auch schon ewig alt. Dann haben wir hier einen Wohnzimmertisch, der ist auch schon sehr, sehr alt. Der war, glaube ich, ursprünglich von Poco. Ich weiß es aber nicht. Dann haben wir hier den Nachttisch. Das ist auch ein alter von Ikea. Den habe ich dann gestrichen, einen Knopf dran gemacht und oben eine Kiefernholzplatte drauf. Das Bett haben wir dann hier noch. Das ist auch von der Patentante meines Mannes, als die ihr Haus verkauft haben, haben wir dann auch das Bett übernommen. Und das steht jetzt hier bei uns im Gästezimmer. Wie bei denen halt auch schon, war bei denen auch ein Gästebett. Und dahinter steht noch ein kleiner Nachttisch, so ein Korb mit Lichterkette drin. Dann haben wir hier noch eine Gardinenstange. Und hier auch noch ein altes Regal von Ikea. Hier, wie gesagt, stehen die Knaggeligs schon mal. Und hier ist dann der Schrank, der schöne Bauernholzschrank oder Bauernschrank für mehr. Der war schon hier im Haus, als wir eingezogen sind. Den haben wir quasi mit übernommen. Wir zählen jetzt also nochmal durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Unser Wohnzimmertisch, bei dem wir noch nicht wissen, ob wir ihn behalten oder verkaufen sollen. Dann haben wir hier jetzt noch den letzten Raum. Hier haben wir einen alten Stuhl stehen, bei dem ich die Rückenlehne abgesägt habe, Kiefernholz drauf gemacht habe, weil ich es gestrichen habe. Eins. Und zwei Wäsche-Sammler. Die gibt es aber auch ab und an bei Kaufland. Müsst ihr vielleicht mal da gucken. Dann geht es hier weiter. Hallo. Mit unserem Spiegelschrank. Und hier unten mit dem Badezimmer-Unterschrank oder mit dem Waschbecken-Unterschrank. Und dann haben wir hier in der Ecke noch einen Schrank stehen. Insgesamt haben wir also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Möbelstücke hier im Badezimmer stehen. Wir wagen uns jetzt hier mal hoch zu den letzten Möbeln. Das sind auch nicht mehr viele. Wir haben hier auf dem Dachboden noch eine große übernommene Truhe. Eins. Und dann da hinten ein Regal. Das ist also zwei. Und dann kommen wir hier hin. Da haben wir noch einen Tisch, den wir verkaufen wollen. Drei. Dann zwei Betten. Vier, fünf. Ein Kallax-Regal. Sechs. Ein Beistelltisch für draußen, den wir aber auch noch verkaufen wollen. Sieben. Hier in der Ecke liegen nur die Hochbett-Sachen für das Bett von unserem Sohn. Und dann haben wir hier noch unseren letzten Schrank, Nummer acht. So, wir sind jetzt fertig mit unserem Rundgang durch das Haus und mit dem Möbelzählen. Und jetzt will ich euch natürlich auch die Ergebnisse nicht vorenthalten. Ich habe euch ja schon für jedes Zimmer immer eingeblendet, wie viele Möbel da stehen. Aber jetzt gibt es natürlich noch eine Zusammenfassung. Ich habe hier unten wieder meinen Laptop stehen. Ich habe mir wieder eine Liste gemacht. Das hatte ich euch ja schon erzählt. Und die gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Vorab muss ich euch noch eine Sache sagen. Ich habe ja in der Garderobe die drei Haken, die wir da an dieser blau-grünen Wand, mehr grünen Wand haben, mitgezählt. Die habe ich jetzt bei der Bearbeitung der Tabelle nochmal wieder abgezogen. Denn ich denke, ich werde diese Haken bei Deko mitzählen. Wir haben ja auch im Badezimmer oben noch so einen Handtuchhalter, der quasi auch so ein Haken ist. Und irgendwie ist das für mich kein richtiges Möbelstück. Ich zähle jetzt diese Haken, die wirklich nur Haken sind, bei der Deko mit. Das heißt, ihr werdet die nochmal irgendwann anders sehen. Ich habe sie jetzt hier erst mit aufgenommen und habe sie dann aber auch wieder abgezogen in der Tabelle, damit ich auch daran denke, euch das zu erzählen. So, wir kommen jetzt also zur Zusammenfassung. Ich erzähle euch das jetzt nochmal kurz. Wir hatten im Wohnzimmer sieben Möbel, im Esszimmer 14, Küche drei, Speisekammer drei, Flur unten drei. In der Garderobe fünf, also acht minus drei sind fünf. Dann im Bad unten hatten wir drei Möbel. Auf der Terrasse vorne sind es vier Möbel. Auf der Terrasse hinten waren es drei Möbelstücke. Im Garten verteilt sind es insgesamt fünf Möbelstücke. In der Gartenlaube und im HWR jeweils zwei. Im Schlafzimmer waren es dann vier. Im Flur war es ein Möbelstück. Im Kinderzimmer 18. Im Bad oben sechs. Auf dem Dachboden acht. Im Gästezimmer elf. Und im Ankleidezimmer acht. Insgesamt sind das also 110 Möbel. Und vielleicht nochmal zur Einordnung. Ihr habt ja jetzt auch unser ganzes Haus gesehen. Wir wohnen hier auf ungefähr 160 Quadratmetern plus Dachboden plus Garten. Natürlich ist 110 jetzt viel. Hat mich auch überrascht. Ich konnte das vorher gar nicht einordnen, wie viel wir ungefähr haben. Aber man muss ja auch mal bedenken, dass wir bei manchen Sachen einfach viel mehr, ja eine viel größere Anzahl an einzelnen Möbelstücken haben, aber trotzdem weniger Platz in den Möbelstücken. Zum Beispiel, wenn man sich mal das Ankleidezimmer anguckt, da haben wir sechs Regale stehen, wo andere Leute vielleicht nur einen Kleiderschrank haben, der aber wesentlich mehr Platz bietet als unsere sechs Regale. Also ist das mit dieser Anzahl immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Oder auch in unserer Garderobe, da haben wir ja auch vier Regale stehen. Und andere Leute haben vielleicht einen Schuhschrank und nicht vier einzelne Regale. Das muss man immer so ein bisschen berücksichtigen. Wir haben ja sowieso nicht so viele große Möbelstücke. Das Größte sind ja unsere Schränke im Gästezimmer und im Kinderzimmer und unsere Küche. Aber sonst haben wir ja eher viele kleine Möbel als große. Deswegen finde ich jetzt diese Anzahl von 110 völlig in Ordnung. Also ist jetzt okay. Hat mich überrascht, dass es so viele sind. Man macht sich ja wirklich vorher kein Bild davon, wie viel man wirklich besitzt. Deswegen finde ich das jetzt sehr, sehr spannend, diese Zahl dann einfach mal schwarz auf weiß zu sehen. Und jetzt habe ich eine Grundlage. Das heißt, wenn ich jetzt Möbel kaufe oder baue oder aussortiere, werde ich das immer in diese Liste eintragen. Und dann habe ich immer so eine laufende Übersicht über das, was sich in unserem Haus befindet. Hast du schon mal deine Möbel gezählt? Wahrscheinlich haben das noch nicht so viele gemacht. Falls ja oder falls du sowieso weißt, wie viele Möbel du hast, dann schreib mir das doch gerne mal in die Kommentare. Und sonst erzähl mir doch gerne mal, ob es dich überrascht, dass wir mehr als 100 Möbelstücke haben oder nicht. Und ansonsten freue ich mich, dass du dir das Video bis hierher angesehen hast. Ich wünsche dir einen ganz, ganz wunderbaren Sonntag. Verbringe die Zeit mit deinen Liebsten und genieße sie. Wir werden uns nächste Woche Sonntag wiedersehen. Und bis dahin, mach es gut. Tschüss.